also ein schneller welcome back so was ich glaube ich bin wirklich dämlich ich meine die zombies die günder zum flughafen aber ich muss doch so weit kann das doch gar nicht weg sein wir sind ein bisschen viele zombies scheiße ganz ernst wenn so ein noob wo ist denn der ganze scheiße ich muss sagen im brunnen sein dann kann er nicht so klein sein ich gehe im flughafen ganz egal dass wir so die ahnung dass wir bald nicht mehr der schießt das schießt ja mit dem markt auf ja zombies euch interessiert das gar nicht laufbar schon weiter denn die markt auf ist immer fünfmal so eine scheiß winchester ganz klar gut überrascht man den spieler immer halbzeit moment schießt auf mich krankenwagen passen zum spiel gibt mir blut da krabbel darum ich habe es genau gesehen freudnase auf sich ganz verstecken wieso kommen die zum ist nicht so und bin ich denn der einzig die ganzen zombies durch schüsse anlockt was das war doch voll laut die waffel habe ich sogar selbst gehört hier marsche ich habe spieler meist gott auf jeden fall aufpassen weil kein blut mehr haben beziehungsweise ganz knapp an der lebensgrenze sind ich weiß gar nicht das ist eine richtige gute idee ist gerade hier man sieht auch diese beschüsste monkey ist nicht wenn die hier vorne einmal rumhängen da ist aber ist aber das spaß weg du das liegen so dann gelangen wir im ersten maus schon da ja na klar zum wie klar da habe ich es gesehen meils tatsache meils ich komme ich das letzte ist was ich mache ich finde ich so viel fies sein ist eine flasche anwerfen die ich noch aufgesammelt habe habe ich da habe ich nicht schade ich kann es auch nicht sein locken ganz kurz gucken wo der steckt der müsste im fenster drin sein sind da mehrere wieso polter keine zungen dies bin ich das ist das ist ein bisschen merkelwürdig also ganz im ernst gott also mal alles muss die ganzen zombies um die hinkommen weil die marke auf doppelt so laut mindestens wie die winchester war jetzt wo wirst du wirst du aus spiel tja noch mal sagen leider hoch eine böses überraschen tja wenn man die winchester damit ihre wolver ist ich glaube ich glaube es nicht wie hey sind jetzt zwei oder was naja ja das ist doch schon mal taschenlampe vielleicht nicht gluten während fünf magazin militär das schon aber keine normale tja wo ist denn dieser kleine homo ganz im ernst warum bist du im hangar du freund kriegst keine ak es kann sich auf abfinden ich glaube da hinten war doch ein eingang oder was nicht das war der andere hangar das ist auf jeden fall mein territorium moment da ist niemand ich glaube da sind hier hier ach tja tja ich habe jetzt nichts zu erzählen weil ich eher auf die geräuschkulisse achte es kann ja noch ganz ernst hey ich gehe jetzt mal zurück hier ist keiner seine alte position das dumpfe gefühl dass er oben ist ach gott dann wäre es vielleicht gar nicht mehr so schlecht dass die ak mitzunehmen die ak ist das wäre die erste moderne waffe die ich hier so finde aber dies bestimmt am arsch laute hat zweimal 30 schuss also hier kann ich denn die ak wo sind die jetzt hin moment tja moment ja da habe ich oder den speck okay dann muss man russ in die akadiz bin ich denn blöd oder was hey ja was man jetzt mit dem hier ich kann ihn hier umbringen sehr bescheuert oder was ich hab doch schon der muss man mehr auf den direkten achten tja ich nehme doch nicht die akad mit zwei magazine und diesen schneller weg erst mal decken kann aber da ist ein schaf und das will ich mir gerne schnippen im ganzen ernst moment ich glaube das müsste so funktioniert funktionieren ich kann jetzt aber nicht mehr töten das problem ist geht mein namen hat man alles pick tja ja toll das was die zombies töten nicht das schien ach du bist ein tipp vielleicht bringe ich dich doch lieber ja den müssen wir leider leben lassen ich hätte vorher schießen aber der hat in der m4 hat er gehabt und ja was soll ich überhaupt sagen ach so ja stimmt äh ne habe ich gerade einen fahrer verloren ach so ja genau die m4 ähm ich glaube sogar die hat bis ich da geschossen habe und er nur verwundet ist und kurz zusammenbrechen ist ich weiß gar nicht ob die beim spieler auch one shot machen normalerweise schon aber manchmal ist das ja so ich hätte natürlich eine gute chance mich zu töten ne also mal gucken hier okay erst mal oben drauf bin ich mal gespannt ob das eine gute entscheidung war den leben zu lassen das problem ist es gibt noch weitere spiele in der nähe und das ist das wieder das problem war ich nach südküß ich wollte nicht hieraus wollen nein anderen iron okay okay das man zum b ja das war kommen kann man doch nicht immer so töten also du bist du bist du bist du bist du bist du bist du wie laut dir ist ich glaube es nicht warum macht ihr das hierzu und hoch und hoch ich hoffe man kann das fleisch ohne feuer irgendwie zubereiten so mal gucken ob das funktioniert wo ist das fleisch ich glaube ich bin schon doof das fleisch ist nicht mitgekommen ich verstehe das gerade nicht irgendwie tja scheiße ist also ich sehe kein fleisch schon ein bisschen ich bin ein bisschen verwirrt genauso groß die ak eigentlichen die taschenlampe okay dann machen wir das einfach mal machen wir schnell ganz mit den cut hier sind uns gleich wieder also